Wieder bei der Transformation von HC Strache. Wir haben es jetzt auch gelassen bleiben. Das Bild ist hoffentlich fertig, das der Herr Markus Schischkowitz gezeichnet hat. Wird ein bisschen schwierig sein für Sie, das jetzt von hier zu erkennen. Ich habe zum Glück erbredet. Für mich ist es fast zu weit weg. Ja. Es ist gelungen, ja? Ist es gelungen? Sehr gelungen. Ich habe das Udo-Landbauer-Thema aufgenommen, weil man immer mit dem Vorwurf konfrontiert wird, es gibt keine Rücktrittskultur in Österreich, speziell auch bei den Regierungsparteien. Und der Herr Vizekanzler widerspricht hier, was heißt keine Rücktrittskultur. Bei uns gibt es sogar einen Rücktritt vom Rücktritt. Gut, wir schauen uns das dann an. Weil wir zum Glück im Rechtsstaat leben. Und Anwürfe, die sich als Falsche herausstellen, natürlich auch akzeptiert werden. Sie ist richtig ins Dunkel. Sie können es auch ersteigern. Es wird gezeichnet für den guten Zweck bei uns.